Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, wir werden ja nachts losmarschieren, ne? Und ich hab da später irgendwann eines Tages noch eine Überraschung. Ja, wo bist du denn? Boah, er ist noch oben. Ja. Ich dachte, du wärst schon mitgekommen. Ich bin auf dem Weg. So, wir wollen ja mal gucken, was deine Quest uns so zu bieten hat, ja? Ich hab nicht die benötigten Materialien. Jasmin. Ja, man weiß jetzt halt nicht, was bei Nacht heißt, ne? Oh. Naja, in der Regel wär'n dunkel, ne? Also, dem Spiel nach, würde ich sagen, 22 Uhr. Ich hab mein Fahrrad extra zu Hause gelassen. Wen Glut? Nee. Dass, wenn ich draufgehe, ich meine Sachen mit meinem Fahrrad holen kann. Grundsätzlich eine gute Idee, aber du musst ja so oder so einmal laufen, ne? Ja, aber mit dem Fahrrad bist du schneller. Ja. 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 Binde ich. Dazu kann ich nur sagen, da hast du wohl recht. Ein leeres Vogelnest. Ja, hab ich schon. War ja schon hier. Aber ich will meine ganze Ausdauer jetzt hier nicht verbrezeln, wenn du davor sprintest. So. Oh, Nebel. Herrlich. Nein, bitte nicht. Ein Traum, Jasmin. Ein Traum. Oh, was war denn das für Menü? Ach, geil. Tagbuch. Tagbuch. Das erinnert mich so an damals von der Schule, weißt du? Wenn du mit dem Fahrrad unterwegs warst, also mit dem Fahrrad zur Schule gefahren bist und ein anderer, der ist zu Fuß gegangen. Und ihr seid denn zusammen nach Hause. Man hat das Fahrrad nie geschoben. Man ist immer langsam nebenher gefahren. Komm auf meinen Gepäckträger. Oder auf einen Lenker. Geht das auf einen Lenker, dann kannst du ja nicht wegrutschen, ne? Ich nicht. Nee. Deine Materie ist für mich nicht existent. Ich fahre einfach hindurch. Wie der Wind. Jetzt war mein Mikro im Weg. Ich hätte dieses komische Viech fast erwischt. Nee. Ah, du bist zu schwer, da geht mein Vorderreifen hoch. Aha. Mit der guten Spitzhacke. Jasmin, bitte. 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 Hast du den Rucksack auch schon? Weiß ich nicht. 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 Schöp reiß, schöp reiß. Da kommt eine. Ja, hauen wir auf die Fresse. Die ist alleine. Wieso habe ich jetzt nur 628 XP gekriegt? Weil ich besser bin als du. Ah, hast du raufbeut oder sowas gelernt? Na sicher. Ah. Das macht Sinn. Ich würde gerne Mechaniker noch lernen. Mach doch. Kann ich nicht. Ich habe keine Punkte. Und ich wollte erstmal den Ingenieur fertig machen. Huhn. Das Huhn ist der Auserwählte. Oh, ich habe es erwischt. War doch nicht so auserwählt, wa? Das hat wohl die falsche Pille geschluckt. Du hast die Wahl zwischen der gelben Pille und der orangenen Pille. Eins davon bietet dir ein ganz normales Leben als Huhn. Bei dem anderen bist du das Auserwählte Huhn. Und dann hat es die falsche Pille genommen. So ist es gelaufen. Doch, gleich sind wir da. Achtung. Trunkenbold im Wald. Wo denn? Ach da. Das sind Bäume in Ruhe. Freunde der Natur. Oh, ein Vogelnest. Je dann. Haha, ich und die Natur sind Freunde. Wie bleibst du denn? Ähm. Ich habe nur kurz geschnackt. Ein bisschen Smalltalk betrieben. War der Weg schon immer so weit? Hm. Das war, ja. Was doof, dass das jetzt neblig ist, ey. Ja, aber was gut ist, ist, wir haben schon acht Ühe. Frauenschläger, Frauenschläger. Frauenschläger, Frauenschläger. Unmöglich, Jasmin. Wow. Nützt ja nix, ne? Ich find hier keine Eier. Aber hier sammeln wir nicht erst dieses komische Loot oder wie das heißt ein, weil hier sind so viele Zombies. Und so viel Loot, dass, ne, wir die Quest beenden und dann weggehe. Jasmin, hast du das gehört? Nein. Deine Aussage ist in mir irgendwas zerbrochen. Was denn? Du hast ja nicht mein Herz. Oh! Jasmin, bitte! Wo, wo beginnt denn deine Quest? Hast du schon Ausrufezeichen? Jetzt! Ach, warte, ab wann? Ab 22 Uhr und 1 Uhr. Ja. Ich geh mal shoppen. Warte, ich komme. Ich hab nen Grillgitter. Das hat Bob hier vergessen. Au! Ich dachte, das wärst du! Hier! Ich bin hier! Ich dachte eben, du stehst neben mir. Da verdrischst mich die Eide erstmal. Ich bin gleich nochmal Besuch. Ne, doch nicht. Er ist ein bisschen doof. Ich glaube, er steht auf mich, Jasmin. Der ist ganz wild darauf, an mich ranzukommen. Stehen irgendwie immer alle auf dich. Ja! Ich hasse Schwule, die nehmen mir die ganzen Männer weg. Ja, also. Ungerührter Müll. Hast du verstanden? Die nehmen mir die Männer weg. Der muss trotzdem rausschneiden. Nö. Ich fand den lustig. Der bleibt drin. Das ist meine Art von schlechten Humor. Ich brauch mal ein Deo und ein Feuerzeug. Diese komische Kackfliege, die hier die ganze Zeit rumschwört. Hat sie doch bestimmt nicht reingeguckt. Äh, warte mal. Das kommt gleich weg. Wo haut du mich denn, Alter? Willst du mich rollen, oder was? Komm mal her, du gelber Typ hier. Nur noch. Da, auch noch einer. Ja, also wirklich. Das ist ja unerhört hier. Wo bist du denn? Ja. Bist du drinne? Ja. So, hat mal gerade drei Leute flachgelegt hier. Hä, Mädchen. Das waren alles Männer, Jasmin. Naja. Ei, ei, ei. Das ist aber schon, äh, eine Hausnummer, ne? Hm. Das ist du mir hier, ne? Nee, mehr wie zwei passen bei mir nicht. Da fehlen mir die Löcher. Ah, ja, komm. Oh, 34 bin ich. Level 34. Geil. Das ging jetzt aber flott hier. Der war so dumm. Der Spruch war so schlecht. Ein verwitterter Rucksack und da war ein leeres Glas. Ich hab einen Schlüssel eingesammelt. Ich hab doch... Ach, hier ist der Generator. Ah. Alles klar. Äh, wo waren das? Hier, ne? Hier. Was? Ich hab der glückliche Sammler schon dreimal gelevelt. Aber irgendwie find ich nur kacke. Wo ist denn hier einer? Draußen bestimmt. Oder auf dem Dach. Also ich weiß aber nicht, wie das mit der Quest geht hier dann. Ich bin gerade zu blöd für die Adventure-Map. Hä? Ich hab doch eh... Doch einen Schlüssel eingesammelt. Wo ist denn der? Echt Sand. Äh, wenn du einen Schlüssel einsammelst, geht die Tür auf. Ach, wow. Mehr... Ja, ja. Mehr passiert da nicht. Ich dachte, aber hier ist der Generator schon mal. Weil ich war doch hier schon mal auf dem Dach, oder? Aber wie? Bin ich letztes Mal da hoch? Hab ich mich hochgebaut? Äh, kann ich denn überhaupt Rahmenformen machen? Eine. Cool. Na gut, denn nicht. Ey, wie soll man denn da hochkommen? Ach da. Wieso wird denn die Musik jetzt so komisch? Ich weiß nicht. Hier ist einer vom Dach gefallen. Oh ne, nicht die Kreischerin schon wieder. Ne, das ist dieser komische Kriecher. Wo bist du denn überhaupt? Äh, ich bin hier im Zwischengang. Aber der Zombie, der vor mir direkt runtergefallen ist, interessiert sich nicht für mich. Bist du draußen? Ja, jetzt bin ich auf dem Dach. Na toll. Und wo jetzt genau? Ähm, da wo der Zwischengang ist. Ich bin draußen. Ja. Zwischen den beiden Häusern. Hallo. Ach da. Die gelbe Leiter einfach hoch. Ist da was drauf? Hä, bin ich jetzt doof hier, oder was? Kommen die nicht hoch hier? Ah, man sollte doch von der anderen Seite. Dann kommt man die auch... Hä? Jetzt. Boah, wie viel Power mag das Ding haben? Das geht ja. Hm. Wow. So, ich bin jetzt ins Haus gegangen. Ja, ich muss ja gleich erstmal meine Quest hier annehmen. Ich schleiche hier mal so durch. Ich glaube, ich wurde gehört. Na, ich gesehen. Dann ist das vielleicht deine Attention? Hier ist irgendwo eine Schlange. Oh, ich treffe den Penner nicht. Jasmin, bitte. Entschuldigung. Jeder führt den Lebensstil, den er für richtig hält. Oh, die Schlange ist bei mir. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe schon wieder einen Kochtopf gefunden. Ich auch. Er zittert, er hat einen Anfall. Den müsste man mal in den Krankenwagen rufen. Der hat, glaube ich, gerade einen Epileptischen Anfall. Ja. Epileptisch. Epileppi, ey. Was war das denn? Ach, da. Dann komm mal her, Schätzelein. Hau doch nicht ab. Warum haut die jetzt ab von mir? Bist du denn draußen wieder unterwegs? Ich bin hier auf der Treppe. Ich schieße die mit der Pfeile gerade ab. Aber die eine ist wieder abgehauen. Wo ist sie denn hin? Hä? Hier läuft doch irgendwo was. Ja, ich höre es auf. Aber wo? Ja, ich sehe es auch nicht. Hm. Irgendwer tritt hier irgendwo was ein. Ah, ich muss hier mal ein bisschen ausmüllen. Das will ich nicht haben. Oh, äh, bei mir. Ja. Da hat sich jemand den Weg freigemacht. Also, freigemacht. Hier ist auch der Typ, der vorhin noch kein Interesse an mir hatte. Jetzt will ich auch nicht mehr. Ich korb dich zurück. Mhm. Federn, geil. Aber zwei gerne. Stell dir die Stromstufe wieder her. Nee, ist ja nur der eine Generator denn, oder wie? Ich weiß jetzt gleich nicht, wie das geht, Leute. Das dürfte nur ein Generator denn sein. Bist du die Wendeltreppe noch ganz unten gegangen? Nein, ich bin in der Mitte. Das ist ja der da in dem Haus. In welchem Haus war das? Ach, da ja. Da, wo das Fragezeichen ist. Logisch. Lukisch. Oh, ich loot in der Zeit mal, ne? Bevor du hier alles resetest. Ja, mir doch egal. Ich will das fertig haben und dann hau ich ab, ey. Jasmin, das ist doch nicht dein Ernst. Das ist mein voller Ernst. Nein, starte die Mission noch nicht. Aha, warum? Krasse Kisten. Du hast ne krasse Kistepuppe. Wenn du verstehst, was ich meine. Hast du ne Taschenlampe an? Äh, ich hab ne Helmtaschenlampe. Äh, voll geil. Man hat das grad an dem Haus gesehen. So, kann ich jetzt starten? Ja, ich will noch ganz schnell die Dings hier, äh. Oh, boy. Ja, warte. Aua. Nicht cool. Ja, nicht cool, miss. Okay, äh. Verschlossene Ruhe. Ach so. Okay, warte. Die Truhe mach ich jetzt mal nicht auf. Die kannst du gleich ruhig resetten. Ich will nur die Kisten hier noch. Das sind drei Stück. So. Was haben wir hier geiles? Äh, geil. Ja, warte nur jetzt hier. Hallo. Ähm, ja, warte. Ich bin gleich soweit. Ich mach hier grad Blitzlooten. Ja. Ich trinke noch schnell was. Ich baller mir mal einen Kaffee rein. Da. Oh Gott. Du lockst grad die ganzen Chummies hier. Die kommen gleich alle wieder. Ja. Warum ist denn der Himmel rot? Wir haben doch keinen Blutwunsch, oder? Aber die kommen jetzt schon alle zu mir. Kann ich jetzt? Hier sind noch so viele geile Kisten, Jasmin. Oh, Patrick. Ja. Das geht nur von zehn bis eins, ne? Ja, gut, dann los. Tu es einfach. Ich guck mal, ob ich irgendwie zu dir kommen kann. Müsste ich hinten raus. Hallo. Geht das hier? Wir haben geschlossen. Behellen sie uns morgen früh wieder. Öffnungszeiten sind zwischen 7 und 16 Uhr. Ah ja, hier ist er. Hä, wo war denn der Generator? Was hab ich denn zu dir gesagt? Äh. Gib dich zum Sammelpunkt. Ich muss noch zum Ausrufezeichen, wo du bist. Scheiße, wo war denn? Nee, warte, das ist ja was anderes. In deinem anderen Haus, ne? Das war hier drüben. War das hier? In dem Geschäft war das, oder? Aber nicht in dem, wo ich gerade sind, oder? Nee, in das... Dieses hier, hallo? Hier gegenüber von dem... Ausrufezeichen. Ich seh kein Ausrufezeichen. Da, wo ich die drei Männer hatte. Jasmin. Also nicht in dem, wo du bist? Hier muss ich rein. Hier. Wo mach ich das? Wo ist denn hier? Wo bist du? Ja, aber wie mach ich das? Oh. Hä? Sag mir aber die Faxen, dicke, hier. Wo bist du denn? Hier ist einer. Aber wie... Ach so, ist die Quest jetzt erledigt? Ich hab keine Ahnung. Aber hier steht bei mir nix mehr. Aber hast du denn irgendwas gesäubert, oder? Ich bin da nur hingegangen. Ich... Ich seh nicht mal, wo du bist. Mensch, da, wo ich die drei Typen... Ja, aber ich seh dich nicht. Ja, ich bin auch schon wieder draußen. Aber anscheinend hab ich's geschafft, weil es steht da nix mehr. Was steht denn bei deiner Quest? Gar nix. Hier steht gar nix mehr bei mir jetzt. Ja, hier ist ein Stift. Schimm... Schimm... Nee, das ist was anderes. Da ist nix mehr. Hab ich anscheinend geschafft. Skurril. Ach, da bist du? Oh mein Gott. Ja. Keine Ahnung. Dann ist die wohl geschafft, ne? Wenn da nix ist. Also, ich hab nen Sammelpunkt ein Kilometer entfernt, aber das wird ja da sein, wo ich das Gebiet säubern muss. Dann musst du dein... Das ist deine Quest dann. Ja, genau. Vision Dietrich? Hast du Dietrich hier gefunden? Ja, zwei. Hier ist ne Kiste. Kannst du die mal versuchen? Wo denn? Wo bist du, meine ich? Hast du Schreien gehört? Ja, aber ich weiß trotzdem nicht. Ach, da. Musst du mit E gedrückt halten. Und dann auf das Schloss gehen. Achso, wo bist du denn? Ich will hier rein. Andere Seite ist das Fenster auf. Egal. Gib mir noch ein bisschen Eisen. So. Aha, lustig. Pass ich gar nicht durch. Scheiße. Hä? Hier ist doch alles im Weg. Wie muss ich denn hier langlassen, ey? Dieser Neumut, der eine Kranbiller. Hallo. Hier, neben dir steh ich. Ja, hinter mir ist die Kiste. Diese, äh... Ich steh nix. Hinter mir? Ja, ich seh nix. Hinter dir. I'm hinter dir. Das verstehst du. Als hinter dir. Na ja, hinter mir. Soll ich das machen? Äh, E gedrückt halten und dann auf das Schlusssymbol. Okay. Okay. Da reichen, glaub ich, nicht zwei. Äh. Ist kaputt gegangen? Ja. Da müssen vier. Also noch zwei. Werde doch gelacht, wenn er die nicht kaputt kommt. 7.000 HP sind nix für uns, Jasmin. Ich hab schon jetzt keine Ausbauer mehr, ey. Willst du n' Kaffee? Ne, ich hab's selber. Danke. Ey, Papala hat doch nicht die ganze Munition. Oh, nur ein bisschen, ob das was gebracht hat. Äh, gegebenenfalls hab ich jemandem Bescheid gesagt, dass wir hier sind. Du bist so eine Woche. Also es liegt im Anbetracht des Möglichen, dass meine dezenten, leisen Interaktionen den einen oder anderen hier Bescheid gesagt haben, dass wir da sind. Ja. Du bist richtig schlau. Danke. Ja, bitte. Ich habe studiert. Oh, wir haben's fast geschafft, Jasmin. Ja, für nix wetten. Für nix. Leck mich doch. Das kann ich nicht. Wo kam er denn her? Der hat sich gerade reingeprügelt. Alter, hab ich mich erschrocken. Und die Mott ist auch nicht. Ich hab außerdem gegen den Tisch getreten. Aua, das tat weh. Oh, ich hab mich gerade richtig erschrocken. Wieso hast du gegen den Tisch getreten? Was soll das bringen? Oh. Weil ich mich erschrocken hab, wo der auf einmal herkam. Was denn? Ich überleg gerade, wie ich hier wieder ein bisschen... Hier sind Schlafzwecke. Platz kriege. Hier ist auch noch ein Generator. Ah, hier. Hast du gerade... Strom aktiviert. Ah. Hier ist noch eine Kiste. Nee. Hunde? Oh, oh, hier gab's Hunde. Big Pack. Big Pack. Ein dicker Sack. Ausstellenkiste. Hier. Ach nee, das brauchen wir ja nicht. Also hab ich jetzt die Quest erfüllt, oder? Ja, das weiß ich nicht. Weil hier steht bei mir auch nix mehr. Muss ja dann, ne? Wo bist du jetzt schon wieder hin? Ich bin immer noch im Lager und öffne die Kisten. Rüge ich hier mit den beiden Schlafzäcken. Naja. Ach, das waren die zwei Hunde, die mich vorhin hier angegriffen haben. Bestimmt. Bei mir steht jetzt nur oben rechts im Bildschirm Alpha 20.6. Steht bei dir auch was im... Ja, bei mir steht ja säubere das Gebiet, begib dich zum Sammelpunkt, ein Kilometer. Hä, ist ja komisch bei mir. Warte mal. Zu viel. Warum steht hier ein X? Säubere Gebiet, drinnen bleiben. Repariere Generator. Hä? Ist sie nicht erfüllt? Wieso wird mir denn gar nicht angezeigt? Ach da. Hä, säubere Gebiete, drinnen bleiben? Wieso ist... Was ist denn das jetzt? Hast du das hier schon gelernt? Wieso schmeißt er mir... Warum schmeißt du mir immer was hin, wenn ich was gucke? Du guckst doch immer. Ja, hab ich schon gelernt. Weg damit. Ne, lernst trotzdem. Ja, Pech. Jetzt ist es weg. Das gibt XP, Jasmin. Ja, ich... Ja, ich wundere mich jetzt gerade, warum das nicht hier hingehauen hat. Meine Quest. Weil das Gebiet noch nicht gesäubert ist. Ich hab hier auch gar nichts, das er mir anzeigt. Vielleicht meint er die ganze Stadt? Und repariere Generatoren. Zwei. Ha, da... Hä? Aber der zeigt mir ja nicht an, wie ich das machen soll. Hier ist nix mit reparieren. Vielleicht am... Da, wo der Generator ist, ist da vielleicht ein Hebel, den du umlegen kannst oder so? Echt, steh doch hier. Hier ist gar nix. Ja. Aber mir wird nix angezeigt. Das ist ja das Komische, irgendwie. Keine Ausdauer. Also die Quest verstehe ich auch nicht so. Keine Ahnung. Ich säuber jetzt nebenan hier einmal das Gebiet. Hier sind ja noch Zombies. Vielleicht geht es ja um den ganzen Ort hier. Nein. Gesäubert ist, es ist... Ja, aber... Da würde ja trotzdem bei mir oben rechts was stehen. Was soll denn da stehen? Oben rechts ist das, was ich machen muss? Bei mir steht nichts mehr, was ich machen soll. Also ist deine Mission weg, quasi. Oh ja. Hast du das verstanden jetzt? Du musst mal Deutsch sprechen. Ja, mach ich doch. Ich hab doch die ganze Zeit gesagt, bei mir steht oben rechts nichts mehr. Ah, hier ist einer, der rot leuchtet. Aber was soll ich da jetzt machen? Hier ist ein Böhr. Und ich bin so überladen, dass ich mich wegkomme. Ich bin tot. Ich bin hier voll in der Sackgasse und ich hänge hier fest. Ich komm hier nicht raus. Oh. Alter Schwede. Kann mir mal einer bitte erzählen, wie das hier gehen soll? Wow. Das war jetzt aber krass. Habe ich was zum Heilen? Nö. Hier irgendwas? Kann ich nicht machen. Hä? 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 Oder muss ich da irgendwas Bestimmtes noch haben? Ich weiß es nicht. Weil der blinkt rot, aber... Ich kann hier nichts machen. Ich kann ja gleich mal mit dem Schraubenschlüssel hinkommen. Ja. Vielleicht ist das ja das Rätselslösung. Ja, wahrscheinlich. Weil ich hab jetzt auch nichts hier. Zum Reparieren. Aber du brauchst keine Reparaturketten oder so. Das hab ich ja hier. Das wär jetzt nicht das Problem. Aber, nee, das geht auch nicht. Bin mir nicht sicher, ob ich zu dir kommen kann. Wo bist du denn? Beim Zombie-Bär. Oh, jetzt hab ich mir ein Eigentor geschossen hier, wa? Ich seh gar nix. Scheiße, ich hätt mir meine Taschenlampe mitnehmen sollen. Scheiße, ich hab keine Ausdauer. Gebrochenes Knie oder so ähnlich. Oh, ich hab die ganze Zeit Panik, dass hier einer kommt. Ach, keine Ahnung, wie das geht. Oh, kann ich nicht mehr mitnehmen. Aber wenn meine Quest eh nicht mehr geht, dann brauch ich ja eigentlich auch gar nicht weitermachen, oder? Nee, ich weiß nicht. Vielleicht finden wir ja noch das Rätselslösung. Nee, bei mir ist hier überall nix. Oh. Seibere Gebiete ist ein Ex drin, da bleiben wir es ein Ex. Repariere Generatoren sind, ist ein Ex. So eine Zeit her verkackt, oder? Nee, es ist ja noch nicht mal eins. Jetzt ist es gerade mal eins. Jetzt brauchen wir es auch nicht mehr machen. Versteh ich nicht. Das weiß ich jetzt nicht, was das war. Versuche ich nochmal. Dann. Ist jetzt so schlimm, es ist ja jetzt nicht. Wir haben ja hier noch gut Sachen gefunden. Aber ich verstehe halt nicht, wie ich das halt Teile machen soll. Ach, der Arme, der ist so verwirrt. Wo bist du denn da? Und wo genau? Ich bin oben. Wie oben? Ich bin hochgegangen. Auf das sind auch noch Zombies. Ein überladen. Ich bin komplett überladen. Ich habe hier auch nochmal so eine richtig geile Kiste. Steht das auch Gesundheit wieder her? Steht nichts, ne? Hast du ja gedacht, blöde Krankenschwester. Gesundheit 25. Immerhin. Das mit den Brünen, es ist echt doof ohne die Triche, ne? Doof ist auch, dass ich nicht wusste, was ich hier machen muss. Doof ist, dass er die ganze Zeit mit dem Kopf gegen die Wand läuft. Na ja. Jedem das eine. So, ich gehe dann gleich erstmal wieder zurück. Ich habe nämlich ihn gebrochen, also mein Knie ist verletzt, Hunger, infiziert. Ich habe eine gebrochene Hand, ich habe eine Gehörerstörung, kaputtes Knie, bin 9 überladen. Ja. Und habe eine Gesundheit von 89. Ich 81. Hast du noch Lust hier, die Kiste mit, bist du schon weit weg oder hast du noch Bock, die Kiste mit Knochen aufzumachen? Bist du denn? Ich bin noch hier. Wo muss ich denn hier hin? Das ist, glaube ich, der erste Laden. Wie gehe ich da rein? Äh, hoch? Äh, ich habe links, äh, hochgebaut mit Bauklötzen. Lego Duplo. Links? Hä, ich bin doch da gerade von links. Hä? Wenn du vorne reingehst, durchs Fenster, kannst du rein. Und dann gehst du da, äh, links, also links halt. Oh, da komme ich. Ich sehe ja nichts. Du hast keine Taschenlampe, ne? Nein. Habe ich eine mit? Warte mal. Ich habe doch eine mit. Das siehste. Boah. Killerbär, Alter. Davon hatte ich zwei. Und ich sag's mal so, ich war not amused. Ted ist nicht so cool, wie er im Film den Anschein macht. Meine Gehörersteilung geht mit mir durch. Willst du eine Tablette haben? Hast du welche? Ich habe eine. Ja, gerne, gerne. Dann meiste ich dir hin, ja. Kann ich nicht nehmen, weil man eventuell voll ist. Warte. Ja, seht du. Oh, jetzt ist es weg. Ja, ich weiß. Ach, hast du genommen? Ja, das ist ja. Du hast den Automaten abgeholt. Oh, das wollte ich gar nicht. Da schreit eine, ne? Ja. Ich glaube, wir sollten hier abdampfen. Aber ich glaube, das war keine Schreierin. Das ist wieder so ein komischer... Nee, da vorhin ist so ein Kriecher. Ja. Scheiß, Kriecher. Richtig braunen Hals hat der. Oh, ähm, da ist was drinne. Das wirst du nehmen. Bist du... Hier ist nur eine Schatzkarte drin, ne? Die tauschen wir jetzt mal ein gegen sechs Blatt Papier. Das... Der ging mir auf den Sack. Wo bist du? Äh, ich bin immer noch hier im... So. Warte mal, ich habe hier was für dich. Oder... Warte, 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 warte. Das ist richtig geil. Und das musst du jetzt benutzen, also aufsetzen. Was denn? Das ist, äh, sieht aus wie so ein Wasserboiler, so ein blauer. Und das sorgt dafür, dass du trübes Wasser trinken kannst. Kann das nicht aufsetzen? Äh, doch, am Helm kannst du es reinmachen. Kann ich nicht. Das... Habe ich jetzt auch gerade keine Lust, mich gerade mit zu beschäftigen? Ach, geht nicht. Ja, wenn das nicht geht, was soll ich da jetzt machen? Du musst da, wo du zum Anziehen bist. Bist du drauf, ne? Das habe ich gerade gemacht. Auf den Helm. Genau. Denn auf verändern. Ich mache das schon. Und jetzt? Und dann kannst du das reinziehen, äh, unten bei Modifikaten. Ich bin schon fertig. Ach so, jetzt kannst du trübes Wasser trinken, ohne Bauchschmerzen zu kriegen. Und warte mal. Möchtest du noch eine Schmerztablette haben? Ja. Bei mir ist ja trinken nicht das Problem. Das Essen ist das Problem. Ist aber unterwegs auch ganz praktisch. Naja, ich nehme mir ja immer trinken mit. Da war ich drinnen. Hier kommen wir jetzt wieder runter, hier. Hier. Kannst du mal den Weg? Also ich gehe jetzt auch gleich wieder... weg. Ach, du bist doch gar nicht tot. Du warst da unten eingesperrt. Werfhilfe! Jasmin! 1.807 XP. Alter, Jasmin. So, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ich habe Hunger und, äh... Hast du nichts zu essen? Nicht mehr, glaube ich. Ich will trotzdem hier raus, weil ich nichts sehen kann. Das ist voll anstrengend. Ein Snack ist immer Zeit, Jasmin. Er wartet auch nicht auf mich, ne? Er hat Licht und er geht einfach weg. Folge dem Licht, Jasmin. Folge dem Licht. So. Warte, ich will kurz was essen. So, jetzt können wir gehen. Hm, ist ja komisch mit der Quest. Merkwürdig, oder? Ja. Die ist auch recht, recht früh weg gewesen. Hm, ein Fall für Mythbusters. Da stand ich an diesem komischen... Äh, wie heißt das? Aggregator? Und dann war das weg. Ein Fall für die Mythbuster. Ja, es war beim ersten Mal schon nicht lustig. Dann wird es jetzt auch nicht lustig sein. Ach, Jasmin, was bist du denn so miesepitrig drauf? Naja, er wiederholt sich. Jasmin. Ja, hör auf, mir abzuschießen. Warum bist du denn so miesepitrig drauf? Bin ich nicht. Ich habe nur gesagt, dass es beim ersten Mal schon nicht lustig war. Ach, Jasmin, bitte. Komm. Du und ich wissen beide, dass das lustig war. Ja, nee, nicht so wirklich. Ach, Jasmin, bitte. Danke. Ein bisschen gute Laune, ja? Hab ich doch. Sei mal nicht so miesepitrig. Kannst du damit nicht umgehen, wenn man dir das sagt, oder was? Nee, aber du bist ja schon ziemlich gestresst, das muss man ja sagen. Nee. Dein Hund. Ah! Ah, schnell weg, den habe ich nicht gesehen. Und den Hund? Ah, ja, genau. Lass ihn am Leben. Der Hund tötet den Zombie. Einer Bello. Ein. Oh, zwei Zombies. Jetzt hat Bello ein Problem. Der arme Hund. Ja. Wir sollten ihn essen. Der Hund ist gestorben. Ich hau ab. Ja, weil das so ein dicker Zombie war. Nee, das war immer noch der andere, den er hatte. Nee, da war ein dicker ja auch mit runter jetzt. Hast du nicht gesehen, was? Ja, der ist aber zu uns gekommen. Ist er nicht. Okay, natürlich. Ist er nicht. Ich spritze mir mal hier dieses... Anabolika? Das ist geiles Zeug. Nee. Was bringt mir das jetzt? Steroide? Ja. Wenn du die nimmst, bist du nicht überladen, dann hast du alle Slots zur Verfügung. Ja, toll. Ja. Das bringt mir ja gar nichts. Doch, du bist nicht überladen. Ja, bin ich ja sowieso nicht gewesen. Dann hast du schlampig gelootet, Jasmin. Ich bin dolle enttäuscht von dir. Du kriegst ein F auf dein Zeugnis. Nee, ich hab das Unwichtige nur rausgeschmissen oder zerlegt. Hat der Dicke nicht gehört. Huh. Yeah. Willy. Wuh. Komm schon, Jasmin. Du musst laufen. Mach ich doch. War nicht so viele Pausen hier. Wir wollen nach Hause. Jasmin, komm schon. Es ist echt unbequem hier auf Dauer mit meinem Arm. Ja. Hier so zu sitzen. Jetzt muss man ein bisschen Gas geben hier, ne? Du hast einen guten Stuhl und einen guten Tisch. Ich? Ja. Könnte besser. Hä? Hä? Ich hab so nen Küchenstuhl. Welch ein Komfort. Hast du grad komfortzt? Mach den platt. Warum sollte ich? Mach du doch. Okay, das ist kein Infizierter, ne? Nee, aber ich hab jetzt auch keine Lust, den Kalt zu machen. Dieser Hund darf leben. Da ist ein Dicker. Ey. Ich hab auch Gefühle, ja? Ach da, am Wasser. Das sieht irgendwie idyllisch aus. Ist dir nicht ein Loch gewesen? Oh, schade. Ich dachte, der läuft mal ins Loch oder so. Vielleicht können wir ihn da rein locken. Ja, aber du machst ihn ja kalt. Boah, Alter, das behebt richtig im Ohr. Das gab ja gut Points, ne? Oh, diese Schlaglöcher, weil irgendeine Pfeife hier die Straße gebuddelt hat. Geil. Ja, mach dir nix draus. Ich bin sogar selber meine Schlaglöcher schon gefahren. Hänge ich fest. Da kommt noch irgendwo einer. Der Mais ist auch schon bald wieder erntereif. Wo war der denn jetzt noch, der Typ? Einer kommt, glaube ich, noch. So. Irgendwo war doch hier noch einer. Ach da, krabbelt er. Oh, haben wir das auch weg. Das kommt in den Durstlöcher und das sind Modifikationen. Wie lange haben wir jetzt? Ja, warte, ich mach gleich. Mach gleich. Jetzt hier noch hoch? Ne, da haut ich was ab. Ich packe bei dem Mods mal ne Schatzkarte, die ich gefunden hab, mit rein. Mhm. Ähm. Das ist ja jetzt echt komisch mit meiner Dings hier. Oh, das war jetzt nur der Durstlöcher. Und. Hegel schlagen steht hier. So, das ist alles noch im Anbau. Hegel schlagen um 22.31 Uhr. Aber, hey, verstehe ich nicht, warum. Ja. Muss ich das nochmal machen? Müssen wir das nochmal machen? Ja. Jetzt wird's hell. Und der Kriecher kriecht da unten. Spielst du schon wieder ohne mich? Ich treff den eh nicht von hier. Oh, wäre er nicht gekommen. Hab ihn. Hab ihn auch gekillt sogar. So, na denn. Ach, jetzt soll ich sagen. Ja, dann beenden wir diese Folge. Das war's für heute erstmal wieder, wa? Ja, bei dezenten 53 Minuten darf man auch mal aufhören. Oh, halt, ich schon wieder. Ja. Boah, gut. Na ruhig hier, du alte Megatige, du. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Schaltet morgen wieder ein, morgen geht's weiter und morgen machen wir... Mal gucken. Ja, genau, mal gucken. Wir gucken mal, ne? Wir gucken mal, was wir machen. Ich werde's sowieso wieder vergessen, also von daher. So, schön, dass ihr da wart. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.